Privet meine Glühbirnen und herzlich willkommen zurück zu Kafka The Video Game. Beim letzten Mal sollten wir unseren Brief unterschreiben. Leider ist bei der Schreibmaschine gerade das K kaputt gegangen. Was wir genau benötigen, weil wir heißen K. Und jetzt müssen wir irgendwie unser K zustande kriegen, ohne das K zu benutzen. Und ich glaube, ich weiß schon, wie man das anstellen könnte. Ich habe kein I. Schade. Ich habe gehofft, dass wir einfach hier so ein I reinpacken können und dann mit anderen Buchstaben irgendwie unser K geformt kriegen. Aber okay, dann schauen wir erstmal. Ich drücke mal das. Ah, das sind nur Teile, die wir da kriegen. Und wir können das komplett wieder löschen und neu anfangen. Okay. Unser E bringt hier was. Das heißt, für unser E müssten wir das einmal kurz hoch machen und dann... Ah, okay, dann ist es ja verständlich. Also einmal kurz hoch. Dann E. Ja, okay, das wird jetzt ein bisschen Try and Error. Dann T. Dann... Dann H. Nee, H war falsch. Oder? Nee, H müsste weiter höher. Okay. Ähm, wie war das jetzt? Eins hoch E. Dann T. Dann eins runter. Dann H. Dann wahrscheinlich wieder eins hoch und P. Nee, P ist... P ist komplett falsch, oder? Nee, P müsste da, glaube ich, etwas weiter höher einfach sein. Okay. Also das ist jetzt echt ein bisschen Try and Error, wie ich finde. Außer es gibt da irgendein Schema, was ich gerade noch nicht sehe. Äh... Wie war das? P? Nee, P dürfen wir überhaupt nicht verwenden. P ist komplett falsch. P gehört da nicht hin. P kommt weg. So. E. T. Dann jetzt runter, warum auch immer T sowas hier macht. Kann man das irgendwo sehen vielleicht? Ich weiß es nicht. Ähm... So. Es ist jetzt weiter unten. Und jetzt brauchen wir das A. Nee, für das A müssen wir wieder weiter hoch. Ich dachte, vielleicht hat die Reihenfolge der Buchstaben, also dass die in der Mitte immer unten sein müssen und die oben immer oben sein müssen. Eine Bedeutung. Aber wenn selbst das nicht ist, dann ist es ja wirklich nur... Merken. So. Äh... Nee, A war ja auch. Genau. A ist jetzt richtig. So. Was kann jetzt kommen? Vielleicht... Nee, X ist falsch. X ist komplett falsch. Also X, P, O wahrscheinlich auch. Aber ich probiere das O einfach mal aus. Um zu schauen, was das O macht. Ah, das O fällt auch ein. Okay. Na dann. C macht hier was. B... Und... M macht irgendwas total seltsames. Also... M nicht. B brauchen wir auch nicht. Es müsste E... T... A und C sein. Äh... Jetzt müssen nur noch... Das alles richtig gemacht werden. E... T... A... C... Nee, C muss weiter unten. Und was war denn da oben? Das weiß ich nicht mehr. Das heißt... Mist. Ich muss jetzt ja hochfahren. Ups. E... T... A... Dann runter. C... Und war das jetzt das... Doch das T? Nee. Was war denn jetzt da oben? Ah, das B. Nee. Das B auch nicht. H war's. Okay. E... T... A... C... H. So ist die Reihenfolge. E... T... A... H... Nee. Für H müssen wir runter. Okay. Fuck. Also für die drei müssen wir oben bleiben. Und für H und C müssen wir nach unten. So. H und C. Perfekt. Damit wäre das Ressel auch gelöst. Novize habe ich freigeschalten. Als Errungenschaft. Oh, und wir sind glaube ich mit dem ersten Akt fertig. Na, das hätten wir im letzten Part auch noch machen können. Aus des Kars Brief an Felice. Meine liebe Felice. Durch Zufall und aufgrund diverser Umstände bin ich in ein Abenteuer geraten. Absurd und mysteriös zugleich. Anscheinend reise ich nach Amerika für einige Zeit. Crane Ticket to America. First Class. Ich weiß, es klingt seltsam, aber ich bin schon nun schon einige Tage unterwegs und ich habe die Vermutung, dass die nervenaufreibende Ungewissheit dieser Reise eventuell zu einer Möglichkeit für mich führt, meine finanzielle Probleme zu bewältigen. Ähm, eine Frage, wie will er von wahrscheinlich Prag mit dem Zug nach Amerika? I don't know. Pierce, und zumindest werde ich eine großartige Hochzeit für uns arrangieren können, so wie es sich deine Eltern wünschen. Und ganz viele Briefmarken. Briefmarken und Dakt 2, Betrachtung. Ah, Zug. Und da sitzen wir wahrscheinlich drin. In diesem einen Abteil. Und der Hund dahinter. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie den Zug durchwinken. Hm. Wie macht man das am besten? Also, so. Dann fährt er jetzt durch. Wahrscheinlich zeigt das an, in welche Richtung er fährt. Wo kommt er dann raus? Hier. Und dann soll ich hier weiterfahren? Und hier soll er dann nicht rauskommen? Oder? Jetzt kommt er wieder hier raus? Okay. Ich verstehe es nicht so recht. Jetzt ist er wieder hier. Aber das ist nicht unbedingt das, was ich gewollt habe, oder? Aber jetzt kommt er wieder hier. Ja, hier unten kommt er wieder raus. Ähm. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt draufklicke? Ach, jetzt fährt er in eine andere. Auf ein anderes Gleis. Okay. Äh. Wohin fährt er, wenn ich das hier oben nach rechts habe? Ich schätze, haben die Pfeile was zu bedeuten? Heißt das, zweimal nach links muss angezeigt werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Wäre möglich. In diesem Spiel bedeutet alles irgendwas. Also das muss man da auch bedenken. Okay. So kommen wir immer wieder hier oben raus, oder wie? Scheinbar. Aber es ändert was, wenn ich bei einem anderen diese Dinger wechsle. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Nee. Okay. Ähm. Dann muss er hier unten rauskommen. Dann, okay. Dann muss er da in der Mitte irgendwie landen. Aber was genau soll er in der Mitte dann machen? Ja. Du fährst jetzt weiter und landest dann in der Mitte. Und jetzt statt nach da zu zeigen, wie beim letzten Mal, soll er jetzt so zeigen. Und dann, was passiert dann? Dann kommt er hier oben raus. Na super. Und dann kommt er wieder hier unten raus. Und dann, äh, ist wieder der gleiche Mist. Außer es ändert sich was, je nachdem von welchem Gleis der kommt, dass der dann hier woanders fährt. Aber das wage ich irgendwie zu bezweifeln. So dreht er ja das Gleis. Vielleicht hat es damit zu tun. So. Was passiert, wenn der jetzt nochmal so fährt? Wo landet er dann? Jetzt landet er wieder hier unten. Okay. Dann kann er wieder nach da oben. Und dann steht er wieder andersrum. Und dann drehe ich mal das Ding. So. Dreh dann bitte wieder um. Und jetzt ändere ich das Teil wieder ab. So. Wo landest du denn jetzt? Ich finde diesen Hund so süß. Jetzt landet er hier unten. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, das so rum. Dann lasse ich es mal so rum. Wo landest du jetzt? Jetzt landet er hier. Äh. Und wo geht es jetzt entlang? Ah Mist. Wir haben es verkackt. Okay. Dann wieder von Neuem. Ich glaube, so war das schon richtig. Ich war schon auf dem richtigen Weg. Ich hätte es nur da oben drehen müssen. Dann wäre er wahrscheinlich richtig gefahren. So. Jetzt fahre ich wieder andersrum. Jetzt drehen wir wieder, damit er hier unten rauskommt. Das muss ja so bleiben. Ich glaube, das muss so bleiben. Damit er da oben von links rauskommt. Ja. Ja. Und das drehen wir jetzt. Und jetzt sollte es klappen. Ja. Okay. Super. Das wäre jetzt auch gelöst. Puh. Okay. Die Pfeile hatten doch nichts zu bedeuten. Und jetzt steht eine Kuh auf den Schienen. Na super. Okay. Wie kriegen wir die Kuh am besten weg? Hier gibt es Bäume und sowas. Ah, und hier ist ein Ei. Okay. Und was ist jetzt mit dem Ei? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann ich die Kuh anfahren. Ne. Die Kuh stört. Kann ich irgendwas mit dem Ei machen? Hm. Nicht, dass ich wüsste. Gibt es denn noch irgendwas? Die Kuh mutt nur. Okay. Und nebenbei. So kommt er nach Amerika. Hier ist das Schiff. Wir wollten ihn zum Hafen. War nur seltsam, dass es dann Train Ticket to America heißt. Äh. Hätte ich vielleicht eine andere Reihenfolge machen sollen? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Hör auf zu muten. Ähm. Gibt es hier noch irgendwas, was sich beeinflussen kann? Irgendeine der Bäume? Nö. Oh Gott. Was gibt es denn hier? Eine Mührende Kuh. Aber mehr auch nicht. Kann ich zurückfahren? Ne, auch nicht. Da oben. Netz. Netz. Warum sage ich immer Netz statt Netz? Das ist auch schon bei Dark Souls die ganze Zeit passiert. Das hüpft nur umher wie die Kaffeetasse. Kann ich irgendwie zurückfahren? Ich starte mal das Level neu und schaue, ob ich vielleicht was anderes vorher machen kann. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich immer so konsequenzenlos ist, was man macht. Wäre halt irgendwie langweilig, weil dann wäre es dann eines drum geklickt. So, jetzt fahr bitte hierher. So, der Rauch geht weg. Aber hier ist auch nichts. Hier ist wirklich nichts. Hm. Ja, ja, hört auf. Ich habe es verstanden. Ne. Ich kann es einfach nur aus dem Nest. Ziehen kann ich ja auch nichts. Ah, ich kann es ziehen. Ach so. Na dann. Dann zerkloppe ich es mal. Okay. So. Was kommt hier jetzt aus dem Ei? Ein Vogel. Ein Vogel mit voller Gefiederpracht und klaut die Kuh. Genau so funktioniert die Welt. Ja. Genau so funktioniert alles. Okay. Können wir jetzt weiterfahren? Ja, ja. Und so sehen auch Schiffe aus, die Züge aufnehmen. Dieses Spiel ist so absurd. Ich liebe es. Sind das Wassermelonen? Ne, okay. Das sind Luft. Also so Luftdinger zum Fliegen. Heißluftbalance, genau. Okay. Wir haben ein fliegendes Schiff. Well, ähm. Ja. Das ist echt ein Kafka-Spiel. Blumfeld. Das interessiert mich aber jetzt. Gibt es ein Schiff namens Blumfeld? Es gibt eine Musikgruppe namens Blumfeld, aber... Es gibt eine Geschichte von Franz Kafka über einen Blumfeld. Blumfeld, ein älterer Junggeselle. Heißt die Geschichte. Stimmt. Daher kannte ich den Namen. Okay. Also der Name ist auch nicht so ohne gewählt. Okay, was gibt es denn hier auf dem Schiff? Also, es ist eine Geschichte über eine Person namens Blumfeld. Könnt ihr mal lesen. Ich glaube, ich habe sie selber noch nie gelesen. Diese Kabine erinnert an ein Gefängnis, obwohl mich das im Angesicht der anderen Kuriositäten meiner Reise nicht mehr wundert. Wofür ist dieses Vorhängeschloss? Soll es verhindern, dass ich den Raum verlasse oder mich vor etwas von außen beschützen? Okay, ich schätze, wir sollen das Vorhängeschloss aufkriegen. Locked since 95. Ist das echt das gesamte Alphabet? Nee. H, J, K, L, M. Äh. Kann ich wieder aus dem Schloss raus? Ich würde gerne Spiel. Ähm, okay. Das Spiel lässt mich anscheinend nicht aus dem Schloss raus. Hm. Ich habe nur ein I als Vokal. Okay. Nee, ich habe hier noch andere Vokale. Achso, das sind verschiedene Buchstaben. Vielleicht kann ich einfach Kafka schreiben. Ich bezweifle, dass sie hier wirklich gesondertes Wissen über Kafkas Leben verlangen, dass man jetzt irgendwelche Freunde von Kafka aufschreibt. Nee, okay. Ähm. Hm. Ich versuche mal Help zu schreiben. Okay, ich habe... Ich habe hier nichts. Äh, ich würde aber eigentlich gerne... Spielen lässt mich nicht... ...den Rest vom Raum erkunden, bevor ich da ans Schloss gehe. Ich dachte, ich kann das wieder schließen. So. Ähm. Mich einschließen oder beschützen? Ah, hier steht was. Lost. L-O-S-T. Lost. Ich bin verloren. Und ich glaube, ich kann das sogar schreiben. Nee, kann ich nicht. Schade. Es wäre cool gewesen. Das O war leider da. Was könnte ich denn da noch schreiben? E und A habe ich. Oh, hier habe ich aber kein L für Help. Hm. Und kein F für Kafka. Habe ich was für Franz? Auch nicht. Muss ich jetzt, ähm... Irgendwas mit Bro hieß doch. Der eine beste Kumpel von dem. Oder Löw oder sowas schreiben. Mein Gott. Ich bezweifle das sehr stark. Ähm. Einfach nur. Ich habe hier halt kein O. Dadurch kann ich das meiste nicht schreiben. 95. Habe ich hier ein S? Nein. Habe ich ein I? Ich habe ein I. Habe ich hier ein G. Dann ein... O. Und jetzt hier ein S. Igos. 1, 9, 0, 5. I, G, O, S. Ha. Ich habe es gelöst. Ja, man braucht hier kein Hintergrundwissen, um das Spiel zu spielen. Deswegen habe ich es sehr, sehr stark angezweifelt. Es ist halt nur nett, wenn man ein Hintergrundwissen hat. Erstmal strecken. Wie überraschend. Noch eine Tür. So. Hier ist jetzt ein Zahlencode. 1905 war alles, aber wir haben hier keine neuen. Okay, das können wir vergessen. Gibt es hier irgendwo sonst noch? Ah. Okay, okay. Wir müssen einfach nur das Bild hier zurechtschieben. Ähm. Das muss nach da unten. In die Mitte. Wie schiebe ich das am besten? Oh Gott. Oh Gott. Sowas kann ich überhaupt nicht. Ich bin in sowas total schlecht. Schon immer gewesen. So. Äh. Ich versuche die 7 nach da unten zu kriegen. Und dann die 5 irgendwie wieder da hinzuschieben. Ja. Okay, dann das hier hin. So. Jetzt müssten die aber noch getauscht werden. Und hier sind irgendwelche... Es ist... Ne, das ist kein hebräisch. Das sind glaube ich Alchemie-Symbole. Äh. Wäre aber auch möglich, dass es hebräisch wäre. Hm. Ich kann halt nichts davon. Weder Alchemie noch hebräisch. So. Das muss ja oben in die Ecke irgendwie. Ähm. Ich glaube, ich habe gerade alles zerstört. Aber... Ich habe das in die Ecke befördert. So. Und jetzt müsste... Das hier... Nach da oben am besten. Äh. Ach Gott. Ich glaube, ich habe gerade alles zerstört. Ich glaube, es ist nicht mal so schwer gewesen. Aber ich habe es mir jetzt schwerer gemacht. So. Das ist jetzt wieder hier oben. Ähm. Die wechseln wir einfach durch. Das geht ja leicht. So. Jetzt müsste... Irgendwie das hier nach da links kommen. Es ist halt doof, dass das Licht immer wieder... Aus geht. Äh. An geht, meine ich. Ausgehen wäre ja schön. Aber... Ne. Leider nicht. So. Die zwei Muster in die Ecke. Wie gesagt, ich bin immer schlecht in sowas gewesen. Ich hatte sowas als Kind. So als Spielzeug halt gehabt. Und... Ich glaube, ich habe das nie wirklich gelöst. Ich habe es irgendwann kaputt geschlagen. Agro-Sandoron als Kind. Ähm. Das ist halt auch so eklig. Egal was man verschiebt. Es landet irgendwo, wo es nicht soll. Die sieben. Die sieben muss nach da unten. Hm. Kriege ich das am besten hin? Gar nicht. Ja, gar nicht. Das ist eine gute Idee. Es ist halt... Ich kriege sowas nie wirklich hin. Aber wirklich nie. Ah. Ich überlege mal kurz, bevor ich hier einfach weiter sinnlos umher schiebe. Ich kann das nach hier unten schieben. Also hier nach links. Dann schiebe ich das nach unten und das nach rechts. So. Und dann... Ich habe eine Idee. Nämlich, wenn ich das so verschiebe... Hm. So. Dann kann ich die drei hier... im Kreis drehen. Und genau das muss ich ja machen, damit die eins nach da rechts kommt. So. Genau. Und... Jetzt drehe... Ich das so im Kreis, dass die sieben nach unten durchkommt. Ich glaube, bei sowas muss man zuerst die Ecken machen. Bin mir aber nicht sicher. Oder war es beim Rubik's Cube? Die Verzweiflung spricht aus mir. Oh Gott, ich hasse sowas. Oh Gott. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Also solche Rätsel mag ich überhaupt nicht. Ich bin immer schlecht darin gewesen. Ich weiß nicht warum. Hm. Jetzt kann ich das hier eigentlich einfach im Kreis drehen und dann sollte es funktionieren. Ja. Ja. Okay. Super. Puh. Nach zehn Minuten endlich gelöst. Das ist echt anstrengend, sowas. Okay. Eine Ente befeuert den Zug. Gut zu wissen. Sagst du auch noch was, lieber K? Oder ist das wieder ein Rätsel? Das ist einfach wieder ein Rätsel. Okay. Guten Tag. Ähm. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass ich richtig bemerkt habe, aber meine Arbeit ist so wichtig, kann nicht einmal eine kleine Pause machen. Wer sind sie? Ich bin der Heizer Gottes Feuers und der Meister des Unentdecks. Unterdecks. Für viele Jahre habe ich diese Öfen unerbittlich am Leben erhalten. Endlich. Eine fünftige Person. Es passieren so viele absurde Ereignisse und ich verstehe einfach den Sinn und Zweck nicht. Natürlich ist falsch, wenn du glaubst, diese Dinge würden als Konsequenz irgendwelche Gründe passieren. Dinge passieren nur, weil sie passieren. Das klingt ziemlich dumm. Lass mir dir mal ein Parabel erzählen, der dir das alles erklärt. Eine Parabel ist in der Literatur eine Art, ja ich glaube unter dem Volksmund eher als Metapher bekannt, auch wenn es nicht wirklich eine Metapher ist. Es ist eine Erzählung, wo mit Hilfe von irgendwelchen Bildern und irgendwelcher übertragenen Ebene ein Sachverhalt erklärt wird. Also zum Beispiel, ich glaube die einfachste Parabel, die man kennt ist, gib einem durstigen Mann ein Glas Wasser und sein Durst ist gestillt. Das wäre glaube ich die einfachste Parabel, die ich so jetzt aus dem Steckreif her sagen könnte. Man überträgt halt den Durst als das Verlangen oder als ein Problem. Eher als ein Problem. Und die Milch, dieses Glas Milch ist eine kurzzeitige Lösung, während die Kuh eine langzeitige Lösung ist. Und das ist eine Parabel. Für die Leute, die es wissen, eine Parabel ist ja in der Mathematik so geformt, wie so ein U. Und das kann man sich halt so vorstellen, auf der einen Seite des U ist die ganze Bildebene, also die Kuh, das Glas Milch, der Durst. Und auf der anderen Seite die Sachebene, das Problem, die langzeitige Lösung und die kurzzeitige Lösung. Das wäre eine Parabel. So kurz erklärt. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr über das alles wisst, deswegen erkläre ich es immer so ganz kurz. Ich hoffe, das stört niemanden. Ah, das sah man im Trailer. Irgendwo am Rande der Welt ist ein Tor und dahinter findest du alle Antworten. Nur ein einzelner Törerwächter beschützt den Eingang. Ja, das ist halt jetzt eine Parabel, die er erzählt. Um ihm zu erklären, dass egal was man tut, das einfach nur so geschieht. Ich reise schon eine lange Zeit durch die Welt auf der Suche nach dem Tor. Darf ich eintreten? Ja, das ist möglich, aber nicht jetzt. Löse erst mal ein Rätsel. Ein Mandala! Okay, wir haben jetzt ein Rätsel. Zwei. Drei. Vier. Das ist eine Uhr. Wir haben hier eine Uhr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay, wir haben hier eine Uhr. Wie spät habe ich's? 10.51 Uhr. Okay, damit hängt's glaube ich nicht zusammen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, vielleicht muss ich die aktuelle Uhrzeit einfach öffnen. Ich öffne mal einfach alles. Okay. Die vier darf ich scheinbar nicht. Was soll ich denn danach öffnen? Eins, zwei, drei. Okay, die neun auch nicht. Scheinbar muss man hier irgend so eine Reihenfolge hinkriegen. Eins, zwei, ach, äh, fünf. Nee? Okay, ich dachte, das wäre eine Zahlenreihenfolge. Weil eins, äh, plus eins wäre halt zwei. Zwei plus eins wäre halt drei. Und drei plus zwei wäre halt fünf. Okay, eins, zwei, drei. Das hat irgendwas mit dem Symbol wahrscheinlich hier zu tun. Oder? Ich probiere mal alles durch, um eine vierte Zahl rauszukriegen. Ich will einfach wissen, welche Zahl denn dann noch kommen soll. Ich kann aber mit jeder Zahl anfangen, oder? Ja, ich kann mit jeder Zahl anfangen. Ha. Ich kann scheinbar nur drei Zahlen rausschicken. Das ist scheinbar keine Reihenfolge, sondern drei Zahlen muss ich. Hm. Es bewegt sich ja, deswegen. Ich bin am überlegen. Zwölf. Sechs. Drei. Neun. Auch nicht. Ich habe gehofft, dass das irgendwie so ein... Aber ich habe irgendwie das Gefühl, zwölf und sechs müssen es sein, weil sie so den Schlitz der Tür hier verdecken. Hm. Hm. Auch nicht. Warte. Okay, ich glaube, die Musik hat jetzt nicht so viel zu bedeuten. Oh Gott. Vielleicht hätte ich mir eine Nummer aus dem vorigen Rätsel merken müssen. Ich weiß es nicht. Wie war das? Eins? Äh, neun? Ne, null haben wir ja nicht. Eins, neun. Zehn, neun. Oh Gott. Was kann... Drei, sechs, sieben, acht, neun. Ach, warte mal. Wir haben hier außen drei, sechs, neun Punkte. Neun. Dann drei, sechs, neun. Dann drei, sechs, neun. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Das wäre zu viel. Aber dann hier drei, sechs, sieben. Und hier drin eine sechs. Und dann eine eins. Okay. Auch nicht. Wäre aber möglich gewesen, oder? Oder Leute? Drei, sechs, neun, zehn, neun, neun, neun. Das sind mehr als zwölf. Hm. Irgendwas hat es mit den Muster hier drin zu tun. Garantiert. Hm. Ich bin gerade am überlegen. Vielleicht muss ich die irgendwie miteinander verrechnen. Das minus das. Das minus. Ne. Das kann es auch nicht sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Rätsel ist mal wieder knochenhart. Ich setze mich mal ein bisschen rum. So. Dann kann ich vielleicht besser überlegen. Wir hatten ja auch keine Zeit, irgendwas genau anzugucken. Hm. Sind das wieder irgendwelche Buchstaben? Ich gucke mal, was das für einen Tipp gibt. Ja, okay. Das ist dann scheinbar doch so wie gedacht. Ich gucke nicht auf den zweiten hin. Ähm. Das hat irgendwas hier mit zu tun. Ich habe jetzt nur den ersten angeguckt. Den zweiten habe ich gar nicht angeguckt. Drei. Sechs. Sieben. Sind halt sieben. Drei. Seben. Neun. Sieben. Neun. Hm. Wartet mal. Das hier ist sowohl ein kleines als auch ein dickes. Und dann wieder ein kleines und ein dickes und ein kleines und ein dickes. Das sind drei. Okay. Und jetzt vielleicht eine Eins. Oder nee, warte. Auch klein und dick. Klein und dick. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Waren das jetzt neun oder acht? Naja, die neun haben wir ja schon. Also muss es ne acht sein, oder? Oh Gott. Ich bin doch. Ich bin blind wie sonst was. Neun. Acht. Sieben. Drei. Ah, okay. Das ist sogar die Anzahl, wie viel es davon gibt. Dann kann man es über beide Wege lösen. Ja, okay. Und der zweite hin war das auch. Jetzt hängt wahrscheinlich alle. Ich habe geguckt. Ja, aber das wäre dann jetzt gelöst. Ich finde es schade, dass der zweite Hint schon offen war. Er sollte erst geöffnet sein, sobald man den ersten Hint angeschaut hat, aber da sollte der Timer laufen. Kann ich nun endlich eintreten? Die Zeit ist noch nicht gekommen. Aber habe ich es nicht verdient einzutreten? Nein, die Rätsel öffnen nicht das Tor. Sie lassen nur die Zeit schneller vergehen. Und so wartete er am Tor, bis er im hohen Alter starb. Aber diese Geschichte ist ja total zusammenhänglos und ergibt keinen Sinn. Du hast überhaupt nichts verstanden. Du bist so damit beschäftigt, Antworten zu finden, dass du nicht bemerkst, was um dich herum geschieht. Sonst hättest du schon gemerkt, dass wir längst am Ziel angekommen sind. Okay, damit wäre auch das nächste Kapitel erledigt. Und ja, ich würde sagen, das war es mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich wissen. Und auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoron.